Ich trage dich von dir das zu sagen. Was denn? Hey ihr Lieben. Hi ihr Lieben. Hey ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir machen heute... Was soll das? Ich habe mich so verbunden. Ich habe mich dabei. Hey ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir machen heute die Ekel Shake Challenge. Wir haben hier zwölf Zutaten. Sechs davon sind eklig. Und sechs davon sind richtig lecker. Und wir ziehen jetzt hier abwechselnd. Mal gucken wer den ekligen Shake verkauft hat. Und das ist ohne Finger. Ja. Oder vielleicht bekommen beide den ekligen Shake. Kennst du den Finger? Okay komm. Das ist witzig. Nein. Oh nur der Glätter? Sie fängt das doch nicht. Das ist doch ein Insider. Okay. Du fängst an. Nur Schere Stein Papier. Ja okay. Gerecht und gerecht. Schere Stein Papier. Schere Stein Papier. Ja. Ich habe gewonnen. Also wer fängt jetzt an? Ich bin. Kokosflocken. Okay du hast schon mal eine leckere Zutat. Was soll ich denn machen? Achso warte mal. Ja du pack die erstmal zur Seite. Oder ne du fängst. Ne ne. Pack erstmal zur Seite. Okay. Jetzt bin ich dran. Banane. Boah ey. Das fängt ja schon mal gut an. Was ist das? Von deiner Seite ne? Ja. Syrup. Oha. Was soll das? Boah ey. Wenigstens ist eine Zuckerfrage oder? Ja ist es. Ja ist es. Hier ist nichts schlecht. Okay. Bitte bitte Banane. Banane! Das macht alles wieder gut. Zum Naches. Thunfisch. Thunfisch. Lecker. So. Himbeeren. Du bist. Bei der nächsten Challenge. Bereit ich vor. Da gibt es nichts leckeres. Boah. Bitteschön. Ich darf aber keine mehr. Ach das ist roh. Ja. Ja du trinkst ja nicht alles. Ja doch. Auf Ex. Der Verlierer auf Ex. Was? Was? Nur das Ausdrinken auf Ex. Ach das wird ein Shake. Okay. Toll. Ich habe keine Ahnung. Er hat das Video nicht ganz so weit verstanden. Das ist dein Vettel? Das ist dein. Ich habe doch gerade deinen Ahnung. Okay. Ich habe Sinn. Komm mal ey. Wurstwasser. Wurstwasser. Wasser. Kein Problem. Erdbeeren. 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 Way Protein. He he. Auch nicht schlecht. Okay also. Erdbeeren. Okay. Ich wünsche mir Milch. Ich will Milch haben. Hä? Ich schaffe sowas mit Milch. Habe ich ein Zündel zu viel? Das ist egal. Wasser. Wasser. Mild. Ja toll. Jetzt habe ich die Scharpensauce. Okay. Wer fängt an? Ich fange an beim Shake. Okay. Wasser. Aber nur ein bisschen Scharpensauce. Ja. Wir wünschen Dünchen. Das ist ja keine Ecke. Das reicht. Ein bisschen Ecke. Komm jeder mix zu jedem. Ey das wollte ich verschwenden. Ja. Was? Du willst schon mich mixen? Ja komm mich mixen. Das ist besser. Ja. Ja dann mix ich dir richtig eklig. Kannst du gar nicht. Oh du musst sofort die Magie rein tun. Nee komm. Nee 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 nee. So geht das alles. Wir wollen schön färbeln. Nee ich trink das nicht mehr. Du musst es auch. Nee aber nicht alles. Ist egal. Wenigstens auf dem Glas. Oh oh. Da war ich dabei. Banane darfst du rein machen. Ich nehme statt Milch für dich gar komplett. Wie heißt das? Deine Fans müssen es auch Spaß machen oder? Boah das reicht nicht man. Boah du bist so ein ***. Und jetzt natürlich wenigstens was vernünftig ist kriegst du einen Weh da drauf. Was ist das? Sneakers. Nee das ist zu lecker. Sneaker du bist. Das ist zu lecker. Ey. Das ist zu lecker. Ich hab das aber genommen. Du wolltest doch chili. Du sagst du Kirsche ist ganz lecker. Also ich hab das gezogen. Das soll ja kein Schenker. Ja ja ich weiß aber aber Kirsche schmeckt am besten sagst du. So. Weil Snickers ist mein Liebling und deswegen verschwenden tun wir das nicht. Der schummelt. Das schummelt. Das schummelt. Ja das lecker. So jetzt hab ich alles ne. Ja. Komm ich mach das Scherensteinpapier ob wir die da noch tauschen oder nicht. Ich hab alles lecker gezogen. Wieso soll ich das nicht tun? Nein. Check. Die riecheln. Die riecheln. Die riecheln. Das schrägeln. Und der lecker ist nicht. Die riecheln. Die riecheln. Die riecheln. Das schrägeln. Wir schauen jetzt mal an. Das schrägeln. So der reinklar. Reicht. Du sollst nicht auftreten, danke. Ekel-Chelisch ist Ekel-Chelisch. Ekel-Chelisch ist ehrlich Ekel-Chelisch. Warte, du musst doch deinen auch jetzt noch machen. Ja, mach ich. Du sollst das, bevor der Kamera ausdreht. Hä, ich trinke das nicht aus. Dann hätte ich mir noch viel weniger reingemacht. Hey, ist egal. Die Challenge geht so... Nein, nein, nein. Hey, sonst macht's kein Spaß. Eks, 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 Eks. Du hast mir da so viel reingemacht. Ist egal. Der Popo wird brennend auf dazu. Oh mein Gott. Schaffst du es, du schaffst. Du hast doch so sehr ganz schlimm. Boah. Probier mal. Das ist so ekel. Ja, ich weiß. Aber du wolltest doch die Challenge. Boah, das ist schon abgelaufen. Sie ist doppelt so ekel. Boah, das geht ja. Ja, das geht aber nicht so. Das sind nur zwei Schlücke gekommen. Oh Mann, ich kann das nicht. Und ich schau, ich kopf gleich. Ich hole die Mülltüte, soll ich holen? Also. Du? Oh, du schaffst das tatsächlich. Warte, ich hol mal Mülltüte besser. Du schaffst das. Du schaffst das. Nicht, nicht kotzen. Die Zuschauer wollen das nicht sehen. Bei Sexy Lily zu kotzen. Ja, die Arme. Boah, komm, ich kann auch noch nehmen. Guck mal. Ja. Das heißt, dabei rein weiter. Das geht ja nicht. Warum willst du das denn ab? Das ist voll scheiße. Ich hab das nicht abgebrochen. Boah, das ist echt. Komm, jetzt machen wir mal ein richtiges Stück. Wurstwasser. Ja, das musst du auch abwiegen. Ich bin auch heute richtig hier, hallo? Hä, du? Was willst du Wurstwasser? Wie willst du Wurstwasser wiegen? Soll ich das wiegen? Ja, Erdbeeren brauchst du nicht. Aber Wurstwasser, das ist so viel fett. Ach Quatsch, das ist nur das Wasser. Aha, das ist ja das meiste. Was soll ich machen? Soll ich das Öl hier reinkippen von dem Thunfisch? Das ist mir egal. Von dem Thunfisch bisschen, ne? Das ist mir egal. Ich esse alles. Ja, diesen Shake würde ich auch, glaube ich, austrinken. Ja, okay, mit der Wurstwasser ist das eklig. Mit dem Sirup. Ja, was ist doch noch los? Ei. Von dem Sirup machen wir ein bisschen. Wir wollen ihn ja nicht verwenden. Nee, nee, der hat ja machbar viele. Du hast gesagt, gar nichts ist eklig. So. Boah, mein ganzer Hals brennt. Und so richtig, boah. Jaaa. Oh, der ist doch kaputt. Der ist mir runtergefallen. Der ist ja auch gebrochen. Ja, jetzt hast du doch voll viel bekommen. Milch. Ja, ich... Jetzt brauchen wir nicht mehr so viel Milch, ne? Durchfall kommt auf jeden Fall. Oh, mein Kind. Ich glaube, deiner ist noch eklig als meiner. Ich bin dein Mann. Bevor ich das Video geplant habe, dachte ich, du kriegst alles Gute, du kriegst alles Schlechte. Kein Problem. Als ich mit Butterbuilding angefangen habe, habe ich die fünf Stücke am Frühmorgens Rohr gegessen. Ah ja? Ja. Ich dachte, die Kleine ist wach. Nee, ist ja gut. Gleich. Äh, nichts ist kaputt. Das riecht sogar gut. Ja klar, aber ein bisschen nach Puffisch. Hier, willst du selber reinmachen, wieviel? Hey, wie du hast ja gesagt. Nimm's ja. Okay? Nimm's ja. Boah. Boah. Boah, man, man. Nimm's ja echt. Findest du? Ich finde, das schmeckt gut. Riecht nur ganz... Riecht nur ganz... Ein bisschen Wurstwasser. Ich krieg Befügt nicht mehr. Okay. Puh. Oh mein Gott, der trinkt das auch noch komplett aus. Okay, du hast gewonnen. Boah, aber das trinkt mich. Das ist mega englisch. Aber egal, dein Eiweiß hast du jetzt gesaved. Ja. Okay, ihr Lieben, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Es werden auf jeden Fall noch sehr viele andere Challenges kommen. Yoga-Challenge zum Beispiel. Abonniert das nicht, einfach weniger zu machen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.